Omiyad, wo rennst du auf einmal so schnell hin? Äh, ich renn nach Hause. Ich hab ein paar Wände, ich bin überfüllt und mach jetzt mal ein paar Wände weiter hier. Hä? So, meine Versuchung hat hier wieder nach oben. Das ist ein Bild. Oh, scheiße. Ach, wie tolle Geschichten wir hier haben. Mensch, von mir ein Scheißhumor. Ich hab Samen gefunden. Es wird nicht besser. Oh, hier ist noch mehr Nico und da rennt hier ein Dinosaurier hinterher. Naja, ich weiß. So ein Dilo. Ich weiß. Der sieht nicht besonders glücklich aus. Ich weiß. Oh. Jetzt kommt er mir hinterher. Hase, wenn du mir hinterher kommst, muss ich dich leider umhauen. Ich muss fressen, ich muss fressen. Na, die Toter, äh, Nico. Wow, ich krieg... Ich hau vielleicht schon mir selber. Ähm, okay. Oh. Wo war jetzt der Raptor? Ist man eigentlich auch ein Kannibar, wenn man sich selber aufrisst? Mhm. Ich glaube schon. So, ich müsste jetzt auch echt aufhören mit... 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 aggro sein, weil ich hab jetzt schon einfach eingebrochenes Bein. Hm, hab ich auch fein. Aber schon wieder geheilt. Okay, cool. Ja, so bekommst du allein schon, wenn du ertrinkst, was ziemlich unlogisches ist. Oh, da träumen wir halt nicht. Oh, wo war der Raptor? Das ganz nah am Haus ein grünes Licht. Ja, grün können wir nicht machen. Grün ist noch zu, zu hoch ein Level. Oh, lecky, lecky, lecky. Das ist nicht ganz so nah. Ja. Da, wo ich vorne... Da, wo ich... Nö. Da, wo wir vor uns abgefarbt haben. Das ist schlimm. Ja. Yep. You have time with a Toto. Cool. Du machst... Du machst... Du machst die richtig fiesen Tiere, sagst du? Ne, da muss wir den anfangen machen. Genau. Und da braucht man Männchen und Weibchen und dann machen wir... Kriegen wir mal Eier davon, ne? Wie sehe ich das? Welches, äh... Opsen? Steht oben im Namen drinnen. Wenn du mit E drauf gehst. Wir müssen... Wir müssen mal anfangen, jetzt die ganzen Bäume bei uns am Haus alle wachsen zu lassen. Wie ist das schon? Ansonsten müssen wir immer weiter weglaufen für alle möglichen Sachen. Ja, ich bin schon dabei, die auf der anderen Seite der Insel die Bäume wegzuziehen. Klumpen. Ja. Ja. Dann wird die Brust überwachsen wieder. Und auch dran denken immer die ganzen Bäume, die am Boden liegen, ne, auch noch. Ja, ja, ja. Und wie, ähm, folgt der mir jetzt? Wie mache ich das? Was der muss mir jetzt? Äh... 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 Wendoring steht da. Enable Wendoring. Wendoring ist, dass er einfach nur rum durch die Gegend wandert. Aber da müsste irgendwas wegen Following stehen. Oder Disable Following. Ja, aber wenn er, wenn das jetzt Disable ist, dann folgt der dir ja schon. Da bring ich den mal mit, den Reppels. Bringst du mir mit und den kann man dann irgendwo hinstellen, schön. Da heißt Reppels. Okay. Ah, da drüben ist er. Ah, ne. So, da ist auch ein Tuch. Anni, bist du am Wasser? Bitte? Wer ist das am Wasser? Wo am Wasser? Mit dem Dodo. Ich nicht. Hey! Das ist Andi, Andi. Wollt grad Kacke ein... Sammeln. Das ist Andi und seine Freunde. Einsammeln auf... Der Reppels ist... Der Reppels ist dabei. Ich hab so viel Kacke in meinem Inventar. Ich hab doi. Womit, ich kann mich immer noch suchen. Jetzt müssen wir mal weiter machen, dass wir mal Wasser hier mit entgegen. Wir müssen unbedingt... Vor unserem... Oh! Lass mich hier lang. Level 4. Oh mein Gott, das ist geil hier! Hier in der Wasserfälle. Hier in der Wasserfälle. Oh, das sind die zwei Stegos. nein die stoppen sich mit dem raptor angucken gehen ja ich komm hier gerade daher das ist ganz viel scheiße auch scheiße level 11 und ein roter level 15 ok da hinten ist ein skorpion nico wasser ding die einfach am fluss land wer braucht die scheiße das einfach mal alles in das einzelne was ganz links rein da lag ich die mal drinnen ganz links ja das genau da lag ich die drinnen aber ich gucke immer drauf die sind alle so über 10.000 das heißt wir haben da so viel das können wir da alles mit mal reintun geht dann schon mal wir brauchen aber noch mehr b ich glaube gleich im spinnobeln weg aber so äh brauchst du stein ne ich hab die mit ok ok der läuft aber langsam hinter mir her ich hab den mal ich naja der ist nicht so schnell oh scheiße deswegen habe ich die dinosaure mal da unten geparkt dann können die die scheiße einfacher sehen oder auch gleich dahin ohne den die immer durch die gegend fahren da wir eh hier alleine sind auf den hier ja ja so ähm dann auch mitnehmen ähm ich mach auch noch mal was mach ich wieder hier so 46 spoilt Alter da müssen wir aber aufpassen boah es ist grad windig mh 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 noch berühmte kommen wir da rein wir müssen mal hier auch mit e muss haben wir auch dein inventar ziehen was ist ja genau das wird das wollen wir nicht machen nehmen wir mal diese drei fleischte drin sind aber denkt dann ist die nicht alle auf einmal weil die haben extrem viel machen die deine food links ja das fleisch genau wenn ich weiß nicht das geht nämlich dann deine deinen Lebensdienst gehen bei 20 Punkte und wie das hoch das Steine kloppen kommen ein bisschen kommen bei einer Fahrt kommen kommen kann man da auch dringend davon von den Ding welchen was er hier was er bei der Farming gestellt hat er musste sich einfach nur in der neben stellen oder einfach nur E drücken ja oder so pink water gell ja was hat er schon ganz an dem Ding auch erfüllen einfach reinlegen ja bräuchten wir erstmal Leder auch für den Pinsel brauchen wir mal Leder 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 oder Heid Leder 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 ist Heid Leder ist ja Heid oder ja 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 ok dann habe ich habe ich fünf stück da siehst du hier noch rum und gucken rein was wichtig ist mach mal den Pinsel ok dann gucken wir mal oben bei wo die Steine aufgrund ist und was rein habt ihr überhaupt schon in den Cooking Pod nein als nächstes dann habe ich das Level nicht dazu aber egal wenn wir den Pinsel haben dann ist der Pinsel schon mal fertig ja du hast mir einfach bei den Stein rein Nein ähm Fein kleines Steine Steine Zweite von rechts Blint und Stone ja Blint und Stone Blint Pin Stone Blint Pin Stone Blint Pin Stone Blint Started Ok Geil alle die gleichen Ideen haben Tintamehl bedeutet ähm Menschen oder Was wo? Jo ja Ja männliches Geschlecht weil so hat man den Reppels als Mendy ins Geschlecht gut dann passt das ja wenigstens hier war da vorne so Tash drin wo ist denn das schon wieder bist du denn von mir ich hab noch 22 Tash baust du das noch komm mit zurück ja sonst kann ich leider den Pinsel nicht machen was ist nix mehr hier in der Kiste Moment äh ne ich hab noch extra ähm pack mal das da mit rein in die Steinkiste ach super keine da rein hasse dich ok Pinsel ist fertig Pinsel ist fertig dann tun wir den in die in die in die Miscellaneous Kiste in die in die sonstiges so wer wer Hunger hat möge sich bitte melden ich habe Fleisch gekocht die zweite von rechts durch die Kiste äh wo auch die Fakten so drinnen sind so deutlich ob es zu sagen wenn wir in der Kumpel gegessen hat ein aber das ist ja wieder hast du das ganz runtergehen lassen was trotzdem weiter gemacht das kann sein dass er und gibt es ein daher wird der Wind das ist jetzt mit an Bord wie gesagt bei den Dinos genau deswegen ist es nicht bis ganz runter mit dem Stamina bei den Dinos rennen also skippen die einfach um und das war's was für ne Zeit und k 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 Ja, ich geh auf zwei Dillos los, aber wir bekommen zwei Trikes angerannt. Hauptsache, du bringst das Fleisch mit und kochst das alles. Ähm, so. 390er, ein 17er. Gut. Wir brauchen unbedingt einen Settel jetzt. Ne, Entschuldigung. So, die Kümmertur fehlt mir wohl ein bisschen. Hauptsache, ich hab nachher Wood und Fiber. Ja, das kann man organisieren, das ist kein Ding. Wo ist denn der Schuh am Hut? Nö. Wo ist das, ist das Dreckskorpionviehchen? Ist gleich Stachel im Nacken so, ach da ist es. Da war's, tot. Ja, ey, das hatte ich gerade schon, als es mich zum ersten Mal angegriffen hat. Genau so ist es abgelaufen. Ich hab mich mit dem Dillow angelegt, offenbar stand ein Settelion hinter mir. Was kommt der in Kühe? Come on, jetzt geht's mal los hier mit dem Fleisch. Wo bist du in Settelion? So, zehn Wände wieder, mehr kann ich jetzt wohl nicht machen. So, koch doch mal. Geh nach Hause. Guck mal, geh nach Hause. Guck mal, geh nach Hause. Guck mal, geh nach Hause. Ich bin nicht rum. Ich bin nicht rum. Ich bin nicht rum, du Arschloch. Wer überhaupt ist das? Ja. Mhm. Noch acht Punkte bis... Ne, da ist kein Bug drauf. Warte ich jetzt nicht. Ähm. Wo seid ihr? 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 So, und hier unter den Fliesen im Wasser grauen? Ich würde mich unten stellen? Ja, mach mal mit E. Egal. Genau. Und E drücken. Und dann heißt's halt Drinkwater. Ha! Meine... Meine Animal... Das hat schon mal funktioniert. Die kacken jetzt hier hin und das rollt jetzt hier direkt an die Farm ran. Sehr geil. Passt ja wie die Faust aufs Auge. Ähm. Romy, wie bist du mit Essen? Brauchst du was zu essen? Ich bin sogar auch okay. Okay. Ich hab fünf Steaks hier. Nicht, dass die schlecht werden. Ich hab hier noch ein paar Hacksteaks. Ein bisschen Hackfleisch, oh. Schwein rum. Ich hab doch. Gut. Ich kann den Delo killen. Na ja, komm mal zu hier. Jep. Oh, oh oh. Bist du, ich würde fragen. Dich auch. Ja, hier, weil Reffels braucht auch Futter. Oh, okay. Bist du? Bist du? Na hier. Füch'n den. Füch'n den. Ist Reffels. Füch'n den, ne. Narkose-Dinger braucht der immer noch? Nee, die kannst du raus, du. Hab ich schon. Hab ich schon rausgenommen. Ist der bloß gelbe Fern oder rote und blaue Augen? Der ist, der ist alle. Da. Raptor. So. Da hat er erstmal zu fressen. Alter. Oh, ich hab die Leiter zerstört. Nein. Ach du mir. Gib's doch. Gib's doch. Gib's doch gar nicht. So ne Scheiße. Äh, was ist mit dem Targeting, äh, Targeting bei mir nicht in Ordnung. Schon beim Hinsetzen der ganzen Sachen nicht. Ähm, fressen eigentlich die Dinos, äh, Spoilt Meat auch? Nein. Naja. Nur Skorpione. Okay. Schön. Okay, der hat noch, der hat noch 150 Bären drinne. Auch noch, auch noch 150 Bären drinne. Okay, super. Alles schön. Ach, eh. Light my fire. Ach. Auch geil. So. Will vielleicht ein Austier mit? Mhm. Die sind da rein. Ich hab' da rein. Ich hab' da rein, ey. Ich hab' da rein. Ich hab' da rein. Der kann hier mit Mörser, mit dem, mit dem, mit dem Narkose-Dings umgehen. Aber dann muss ich mal, muss ich mal, erfinden, um mal. Oh, Iron Pig-Ext. Sehr schön. In, äh, Dings drin. In, äh, in der Park-Dor. In, äh, in der Park-Dor. Cool. Wir müssen noch ein paar neue Kisten machen, auch noch. Ja, ich mein' hier diese Scheißkiste. Sehr schön. In der Park-Dor. In der Park-Dor im Kiste. Ja, ich nehm' jetzt die nächsten. Gut. Nein. 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 Du. Drecks. Oh, Dillo. Boah, scheiß, nicht so viel hier. Drecksviech. Ach, haben wir schön. Hier ist so ein weißer Strich genau bei uns im Haus. Sind das Drugs? Ah, ne, es ist zu weit weg. Mann. Oder, wer ist denn bei Nähe vom Haus? Ja, warte, ich geh mal oben. Ich bin, ich bin im Haus. Guck mal, da oben. Ist der zu weit weg, der Strich? Oh, der ist da oben am Hügel. Das ist schon ein Stück. Ah, irgendwie ist er weg. Weg ist er. Zu spät. Der, der wäre gut gewesen, aber der war zu spät. Ach, da haben wir doch den nächsten, an der Insel da drüben. Ich geh mal schnell hin. Die sind meistens immer gut. Äh, ich mach mal neue Drogen, ne? Ja. Äh, sorry. Ich mache mal ein neues, ähm, Kurschen. Genau. Für medizinische Gründe. So, ich mach mal den Kochtopf, den Cooking Pot mach ich mal. Oder hat den schon jemand? Nein. Okay. Cooking Pot haben wir. Ja. Ich soll ja meine sammeln. Ja. Genau. Geh, dauert ja eh noch bis das da unten ist. Kann ich noch ein paar Bäume kloppen, das passt ja. Ja. Du blub, blub, blub. Spiegel. Boah, ich war schon erschrocken von diesem blöden Kino, ey. Boah, mein Herz. Ja, jetzt wurde ich schnell bis zur Leiter leeren, ne? Boah, leise. Ja, die haben alle irgendwie Soapy-Ext im Winter. Cool, war gut. Boah, ich mach dir mal weiterhin ein bisschen Narkosemittel. Geht mir der A4 Narko, Narko wäre es. Dann sechs Narkosemittel habe ich. Bin gegenüber in der Kiste, Nico. So. Ich bin gleich mal wieder da, ich stell mich hier ran. Jo. Oh, leck mich. So gut aus. Und so habe ich das jetzt auf, aber es geht. Solange ich das noch, sag ich mal, über 25 Fans von mir hält, ist das okay. Ja. Mir fallen die Server hinter. Navigation Pipe. Was hast du denn für eine Grafikart drin? Hey. Boah, das war ich auch, was ich wollte dafür. Holz, Fibers, that's cool. Da kann ich doch noch mal. Ich will noch ein bisschen Gas geben. Ähm. Wo ist das ein Arkt, das muss man sich feld lassen? Was? Boah. 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 Boah, am Rausshören an den unten zu sein, du Scheißteil? Boah. Boah. builder Boah. Boah. Wieumble. Boah. 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 So. ja eher so sage ich mal ressource so flint stone 50 krass 50 hat man das kann man geboren haben wir einen noch im haus ist nichts mehr drin ich wollte nur noch mal zwei neue Pflanzdinger bauen ja da komme ich gleich rum greife ich dich da gerade du hattest ja welche ich habe einiges ich habe mehrere hundert Tastlecks im Inventar ja cool da möchte ich die ganze Zeit Bäume hauen halt gehen wir die beiden mal mit dann machen wir mal zwei noch neue dann reicht das auch wenn man steigt das wasser an kann das sein glaube nicht aber es hat auch dunkel und überwegt es irgendwie nicht mehr gibt vom wasser her so hat hier irgendwer hingekackt davon einsammeln kann so ich habe hier wieder ein Tilo zum züchten sehr gut selber herkommen am haus liegt da am haus Tilo Tilo? nein hier ähm ähm Parasauro auch den kann man noch weiten oder? ja was ist denn der? Bären Bären oh Raptor Narkosebären hast du die? Narkosebären haben wir hier drinnen noch bei Narkosemitteln Narkosemittel ist in der Kiste drin da sind sechs Stück Narkosebären macht man Narkosebären dann da rein was brauchst du? und dann kann ich nämlich ich brauche ein Bätsch und dann kann ich neulich brauchst du? äh wenn du ein Städter gibst dann kann ich ähm dann kann ich dann kann ich da zwei Dings machen ich kann ja auch zwei ist sechs geben ist auch ok na ja gib her dann pack ich den Rest zurück in die Kiste nimm da rein ok cool sehr gut boh da machen wir mal von den einen Dino wo so viele Bären drin sind auch mal äh da ist es denn 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 da ist noch mal zwei von aber ein kochtopf war ich auch noch schön sehr schön jetzt muss ich gucken dass ich wie gesagt richtig anvisieren können das habe ich eben schon beim leiter setzen gehabt super schöne pflanzkiste hingestellt und die ist auch noch gleich irrigated ist gleich noch man hat noch gleich wasser drinnen schön 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 kann sich mal eine andere zeite hinstellen hier hast du erst mal paar bären die einfach überall schuldet hier rumliegen naja wenn er so ein raptor durchgegeben geht die legen sich halt mit allen sachen an und dann passiert halt uns sind ich nur mal hier er hat eröffnet es wird wir haben das war groß ja wie viel auch mal davon keine ahnung dann müssen wir gucken aber dann müssen wir mal dabei gehen dann gleich mal ein bisschen neu machen bis zur helfe und guck wie es wirkt ja ok aber ich hau jetzt nicht einfach alles weg dann möchte ich es nicht um wir können noch mehr machen wir wollen nur bären wir müssen noch ein irisch auf kraftoren spawnen wo ist mein kochtopf ich habe gedacht da ist schon eine türe drinnen der ich habe das ist genau das gleiche ding wie ich oben für die klappe brauche wo ein traptor ist es nicht oder ne das ist ja die falltür ne das ist ja die falltür scheiße ne das ist nicht ne das ist ja noch ich habe gerade steine Porten Lachstor und Spikes beim Kugelbord hast du gekriegt und da brauche ich keinen warte ich dass du zurückkommst oder du kommst doch nicht zurück oder Prozent gut dann brauche ich einfach trotzdem ein der Bruch schon ein paar E.P. dann kann ich die Türe bauen wenn ich jetzt hier mal keinen finde kein Raptor dann komm ich zurück recht überladen recht überladen ok cool aber ich komm jetzt schon zurück ey da tut das laufend jetzt mal im Sack mach ich nicht oh nein Raptor krieg ich nicht mit dem Tricun würd ihr helfen oder komm in meine Richtung scheiße falsche Richtung komm her falsche Richtung Mann da liegt so beschert dass man das nicht streng so drecks zeigt geh von der Seite ran so wo ich steh ja da komm ich da ran weil du stehst eine Wand noch dann hab ich die unterste Etage komplett und wo seid hier da ist er da ist er